Wir müssen einfach nur die Tate hier gegenhalten und dann gleichzeitig die Fünfte. Ah, okay. Ich bin schon verbirgt. Beim Zimmer müssen sie es auch nur gegenhalten. Ah, danke. Ja, ich sollte nur ihn erwischen, ne? Ich bin jetzt kaputt, Tate. Ja, ich bin jetzt schon. Ich bin jetzt 5. Ich bin heute Abend. Ich bin heute Abend. Ich bin jetzt in der Karte. Ich bin jetzt 519. Ich bin jetzt wieder. Ich bin jetzt ein Wunschwitz. Ich bin jetzt ein Wunschwitz. Ja, ihr habt es schon gesehen. Ja, ihr habt es schon gesehen. Wau, ihr habt es schon gesehen. Oh, es ist schön kuchen, ja. Ja, oder? Es ist schon ein bisschen mehr. Wauw, ihr habt es schon gesehen. Wauw, ihr habt es schon gesehen. Hallo Berlin, hallo Berlin. Hallo Berlin, ihr habt ihr so gesehen. Wir sehen uns wieder, die anderen. Wir sehen uns mal nach dem Roller. Wir haben hier ein paar Mal gesehen. Wauwauw. Wir haben hier viele Leute vor. Okay! Die Leute haben wir wieder vor. Es ist eine Brauch. Hier ist ein Brauch. Ich finde es ist ein Brauch. Wir stellen uns hier ein. Wauw und den Rumpf. Wir sehen uns hier. Klage. Es ist so schön. Hier ist un Wasser. Hier ist ein Wasser. Hier ist ein Wasser. Ich bin. Ihr könnt euch hier im Abyss, oder? Wie bist du? Abyss. Abyss, ihr seid hier im Spundau, und in Berlin. Ihr könnt euch mal kurz nachdenken. Ihr seid sehr schwer. Ihr seid sehr, ihr seid. Ihr seid hier in Spundau. Wir sind jetzt hier. Kulung. Wir sind jetzt hier. Span-dauern. 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 Das ist das Wasser. Wir werden mit dem Kulung gehen. Okay. Span-dauern. Span-dauern. Ich bin hier. Ich bin hier mit dem Kulung. Wir kommen hier bei den Kulung. Auf die Kulung. Und dann gehen hier bei den Kulung. Ich bin hier bei Kulung. Span-dauern. 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 Jetzt sind die Kulung. Wir sind in der Kulung. Wir sind in der Kulung. Das sind schön. Es ist sehr schön, Berlinde 31st, Frau Nong. Es ist sehr schön. Es ist sehr schön, Frau Nong. Ok, ich kann mich mit der Frau sprechen. Ich bin jetzt von Spandau. Untertitelung des ZDF, 2020